Es geht weiter mit dem siebten Teil, das Gold-Lib-Player, also Minecraft Gold, wo ich die ganzen Gold-Vorfer maximal hochgeschraubt habe. Sollte ich mal gucken, wie ich das am besten hier noch mache. Hier ist erstmal die schöne Welt, hier ist noch ein bisschen Gold. Ich will aber eine Erdfläche haben, deswegen grabe ich hier noch ab. Der Hund kann erstmal ein bisschen zur Seite. Erd habe ich ja hier noch. Scharf, ohne zu dunkel. Das war ja ein paar Tage, die ich mal hier drin unterwegs bin. Gold-Libs habe ich auch schon wieder vier Stück. Und das ist jetzt noch mein kleines Häuschen. Ich kann jetzt mal schlafen gehen. 16 Sätze, wie viel brauche ich denn? Ah, die Truhe ist voll. Oh Gott, da muss ich ja jetzt mal eine neue Truhe machen. Oder, ja, ich brauche eine neue Truhe. Ich brauche auch jede Menge Holz im Moment zur Verfügung. Die Truhe ist voll. Dann muss ich hier irgendwo noch eine. Ja, könnte auch noch später eine hin. Eins dann alles voller Truhen. Da kann ich schon mal so das Holz reinpacken. Gold-Erd. Das ist auch gerade mit dem Gold-Erd zu lange. Wenn ich das so reinpacken... Oh, ich habe nicht mehr Gold. Das heißt ja auf Minecraft letztendlich, der Gold. Aber ich kann ja noch das hineinpacken, das hineinpacken, das hineinpacken. Oh, da gibt es die Seeds, die sich... Da habe ich hier einen Eimer irgendwo. Da habe ich hier irgendwo Eimer. Also hier ist man ein bisschen abgeflacht, abgeebnet. Und jetzt hier die Fläche. Ah, es ist eigentlich eine schöne Welt hier, weil ich hier auf einer Insel gesporn bin. Und eine Diamantspitze habe ich hier auch noch. Ach, verletzt mich schon wieder. Äpfel. Ich habe hier noch zwei Äpfel, aber das war es auch schon. Ich habe hier noch so viel Gold. Das ist eine richtige Goldwelt. Dann muss ich mich noch hochgraben. Ah, hier muss ich auch noch... Raum ein bisschen erhöhen. Der soll ja fünf Löffel hoch sein. Könnte ich natürlich hier wieder reingraben. Da kommt schon wieder ein Goldvorkommen. Aber Gold ist ja natürlich hier in Übermaße vorhanden. Deswegen brauche ich jetzt mal kein Gold abzubauen. Wo ich jetzt hier auf dem Weg komme, natürlich wieder ein Goldvorkommen. Es ist unvermeidlich, dass man hier auf Goldvorkommen stößt. Ein Diamanten habe ich natürlich nicht so viele. Ich habe sonst vielleicht vor, dass ich zwei Ärzte höher stelle, aber nur auf bestimmten Höhen ist. Oder ein neues Let's Play Beginn. Also nicht mit Gold oder Diamant, sondern mit Eisen. Also auch maximal gestellten Eisen. Einfach mache ich das dann dieses Mal auch wiederum ein bisschen anders, beim Eisen. Oder ich müsste mir in Minecraft Let's Play Diamant 2 German machen. Zombies. Mit Diamant 2, dann würde ich dann die Diamanten auch maximal stellen. Eigentlich nur, dass sie zwischen Höhe 5 und 16 vorkommen. Also nur wieder weit unten, dass man die an der Oberfläche nicht sieht. Eigentlich würde dann die Fläche zwischen 5 und 16 nur auf den Diamanten bestehen. Dann würde ich das in Anschluss dieses Parts dann mal zeigen mit dem Diamant 2. Wie ich das mir vorstelle. Minecraft Let's Play Diamant 2, also mit Ii. Also römische Ziffern mache ich das dann immer. Dann könnte ich ja theoretisch unendlich viele auch Hardcore Let's Play machen. Und die Eisenschaufel ist nur noch bald 4 angekommen. Geht also auch bald kaputt. Das sind hier, ach, die selbst begrabener Gangnege. Und hier scheint nichts zu sein. Das war natürlich ein bisschen Zufall eigentlich, dass ich da auf den selbst gegrabenen Gangnege eingestuft. Also hier habe ich einen Gang gegraben. Da war ein bisschen Erz, hier ist Gold und hier ist... Hier ist überall Gold. Hier ist aber Kohle noch übrig. Aber ich habe nichts Senswertes hier gefunden. Außer natürlich dieses viele Gold. Was ich nicht unbedingt direkt brauche. Also in Gold nur werde ich Ihnen nicht geraten. Und da ich dann mit diesen Diamanten am Ende will ich ja noch ein bisschen den Part vielleicht auch 25 Minuten machen, weil ich es dann bis zum Start herkomme. Da habe ich ebenfalls rumgegraben. Da grabe ich hier nochmal ein bisschen weiter. Die Diamantspeckzacken liegen ganz gut. Eisen. Eisen ist auch relativ wertvoll. Also warum das mit den Diamanten so ist? Weil ich die nur auf Höhe 5 bis 14 oder 5 bis 16 vorkommen lassen möchte. Hat den Grund, weil ich die Minecraft Let's Play Diamant... Nein, nicht Diamant, sondern Let's Play Customs 2 ist das ja. Da habe ich ja alle die Erze maximal nur, dass sie auf bestimmten Höhen übereinander geschichtet sind. Dann wäre aber auch, dass hat man viel mehr davon. Das heißt, würde ich das so vielleicht machen. Oder mit Eisen und Gold, damit ich dann einfach richtig viel Schienen legen kann. Die Diamanten sollen ganz weit unten unter Höhe 10 nur vorkommen. Dass man da relativ häufig auf Lava sehen treffen würde. 10 bis 5 dann aber auch maximal hervorkommen. Aber so richtig nur Gold ist ja hier nicht. Man sieht ja auch viele Steine. Dass man ständig auf Gold trifft. Gold kann man ja gebrauchen, um... Also um Booster-Schienen herzustellen, braucht man die... Braucht man natürlich eine Menge Gold. Oder so zu dunkel. Aber ich glaube, ich gehe auch jetzt mal gleich hoch. Ich darf jetzt mal nicht weiter, sondern gehe jetzt mal hoch. Weil ich nämlich auch eine Weizenfarm anpflanzen möchte. Eine Weizenfarm, damit ich jetzt mal genug Essen habe. Im Moment habe ich ja nur noch diesen einen Apfel. Da reicht ja nur noch so zwei Hungerkeulen. Ich habe ja jetzt noch 8,5 Hungerkeulen. Die reichen ja auch bis 8. Kann man das Essen... Ja, jetzt hatte ich nur noch 8. Ich muss jetzt erstmal den Essen, um... Hunger voll zu bekommen. Es ist nämlich anstrengend hier hochzukommen. Da oben habe ich ganz viel Erde hingetan. Weil ich den Zugang ist... So wie jetzt noch ein bisschen... Umständlich. Und ich muss das vielleicht sonst auch mal machen. Also habe ich hier nochmal einen Block tiefergraben. Und ich schaufel schon wieder kaputt. Ich habe aber noch eine. Ich werde dann natürlich keine Diamanten verschwenden. Und baue ich das niemals jetzt dann auf Eisen. Eine relativ schöne Umgebung hier. Mit dem... Inselreichen hier. Eine inselreiche Umgebung, die ich hier habe. Eine inselreiche Umgebung, die ich hier habe. Eine inselreiche Umgebung, die ich hier habe. Das heißt, ich muss hier auch besser lassen. Ich habe hier abbaue nun. Und da runter muss ich mal woanders hin. Da runter schieben. Und ein bisschen weiter graben kann. Ich weiß nicht, das muss hier noch ausbegraben werden. Weil die ist ja manche Zeit jetzt auch nicht mehr so rot. Wenn ich hier so eine schöne Erdfläche habe, muss ich das Gold weg. Und es wird schon wieder dunkel. So viel Gold hier. Aber ich habe jetzt auch hier relativ viel Erde auf der Verfügung. Um hier eine Erdfläche herzustellen. Und die Insel ist eigentlich relativ gut ausgeleuchtet. Die ist eigentlich so gut ausgeleuchtet, dass die Nacht keine Monster mehr spawnen. Da habe ich in den ersten paar Tagen relativ viel Arbeit gemacht, hier ausreichend auszuleuchten. Oh, es wird dunkel. Ich muss langsam mal... Jetzt wird wieder der Mond schon mal auf. Jetzt muss ich mal ein bisschen schlafen. Jetzt wird es noch mal wieder morgen. Soll ich zwei Schafe auf meiner Welt? Irgendwie hatte ich nochmal zwei. Wo ist denn das andere Schafsopp hin? Da unten ist es ja. Aber Weizen muss ich erst mal eine Farm aufbauen. Wohin sollen die denn? Soll ich sie auf der Seite oder auf der Seite dahinter? Ich glaube ich mache es jetzt auf der Seite der Insel. Ich muss einfach ein bisschen Wasser holen. Wasser habe ich natürlich hier direkt vor der Haustür sozusagen. Ich baue die sozusagen auf der Westseite der Insel. Jetzt ziehe ich nämlich die Westseite der Insel. Oder kann ich hier runtergraben? Nicht so gut. Ich müsste sonst hier erstmal zwei Blöcke Tiefiders machen. Ich müsste hier einen Block weggraben. Hier den Wasser einmal platzieren. Und eine Hacke holen. Weil jetzt geht mein Hunger nämlich schon wieder weg. Aber ich habe keine Nahrung. Passt das Gold auch nicht mehr rein. Wie ist das denn hier Kaninchenfell? Brauche ich nicht. Sechs Diamanten habe ich. Aber da ist noch so viel Golderz hier, was ich da also da reinbraten kann. Da so wieder so viel Cobblestone und noch mehr Golderz. Ein Gegrit, Erde, Diorit, Stein, noch mehr Setzlinge und noch mehr Goldbahnen. Was wollte ich denn gerade machen? Eine Hacke wollte ich hier herstellen. Aber ich Eisen habe ich, aber ich brauche Eisenbahnen. Hier sind noch zwei. Eine Eisendruckplatte brauche ich nicht. Ich brauche eine Eisenhacke. Jetzt drehe ich nämlich auf den Erfolg. Fang an zu ackern. Muss ich jetzt ein 4x4-Gebiet rumgraben hier. Ein 4x4-Gebiet kann nämlich nur eine Wasserquelle versorgen. Das sind 3, das sind 4. Das sind 3, das sind 4. Das sind 3, das sind 4. Dieses Loch noch. Oder diese Löcher nochmal ein bisschen füllen hier. So weg wird man dann. Das sind immer 80 Blöcke, die man hat. Das sind auch wiederum 4. Das sind 3 jetzt. Und das sind jetzt 4. Und das ist jetzt 4. Hier. Die Ziebs hab ich jetzt hier. Einen habe ich jetzt zum letzten dogs. Oh und steht da schon mal bereit. Nichts für weitere Ziebs. Hab ich da noch welche drin? Nein, hab ich keine drin. Ich muss ja sonst welche nochmal herholen. Holz abbauen. Der Hunger geht nämlich jetzt schon deutlich zurück hier. Ich würde mich nur regenerieren, wenn ich mich töten würde. Oder bei Schwierigkeiten normal, vielleicht auf dem halben Herz. Man müsste so lange auf dem halben Herz so viel Nahrung holen, dass man sich dauerhaft füttern kann. Hier ist ganz viel Sand. Und da hinten ist so ein Strand. Also das hier ist der Strand und da ist dann noch eine freie Insel. Ich gehe jetzt mal hier vor Ort fest an, damit ich hier ein bisschen weitere Samen holen kann. Jetzt geht nämlich der Hunger weiter zurück und ich habe keine Nahrung mehr. Jetzt muss ich mir erstmal irgendwelche besorgen. Da ich mal einen Samen bekomme. Drei sogar schon. Vier. Jetzt erstmal alle. Sechs, sieben, acht, neun, zehn sogar. Also 80 Stück kann ich damit einfangen, aber fünf habe ich ja. Das heißt, ich könnte maximal 75 Stück holen, aber 75 wären ja 64 und 11. Also 64-Stack voll und dann nochmal 11. Dann wären wir 75. Weil bei Minecraft steht es nämlich nur bis maximal 64 und nicht einen unendlich hohen Steck. Aber irgendwie hatte ich auch einmal, einmal hatte ich auch mal hingedreht, dass ich mal 75 auf dem Steck hatte. Eigentlich seitdem ich den aufgenommen habe, ist man dann 64 und 10 rausgeworden. Na hier kann ich auch noch ein bisschen mehr holen. Mehr Samen. Sechzehn. Siebzehn. Ich habe aber nicht alles erwischt hier. Da ist noch ein Huhn. Jetzt kriege ich gerade die Meldung. Das Aufnahmeprogramm, das ich benutze, ist ja Open WordCaster. Das Software belastet die CPU stark. CPU wird stark beansprucht durch Open WordCaster. Das habt ihr mir angezeigt. Das seht ihr allerdings nicht. Weil ich das nämlich so eingestellt habe, dass nur das Minecraft Fenster innen drinnen aufgenommen wird. Und was da vorkommt, das wird nicht wieder aufgenommen. Der hackt ja das Abbau und kriegt da auch nicht viel. 18 Samen. Vielleicht kommt da noch welche raus. Kommt nix raus. Einen Samen will ich noch irgendwie haben. Leider kommen noch welche. Das ist ein relativ kleines Häuschen, was da hinten steht. Vielleicht entsteht da mal raus eine riesige Villa. Mit viel Goldblöcken innen drin. Weil man diese maximalen Gold bekommen hat. Man trifft also überall auf Rollen. 20 Samen habe ich mir jetzt noch geholt. Ich werde erst mal ein bisschen reichen. 20 Samen habe ich mir jetzt noch geholt. 20 Samen hier einzupflanzen. 20 Samen hier einzupflanzen. So erstmal. Muss natürlich alles noch wachsen. Das dauert nur Weichen. Und deswegen muss ich mir noch das Huhn töten. Aber Schafe kann man glaube ich auch Nahrung herholen. Und das Gold ist jetzt gerade noch am Arbeiten. Feder. So die Knochen habe ich hier immerhin. Oder sonst irgendwo Knochen. Na hab ich gar nicht. 18 Eisenerz. Das sind relativ wenig. Hier 64, 15. Mit so 6 Diamanten. Knochen. Da kann ich mir Knochenmehl heraus machen. Aber dann wächst das auch ein bisschen schneller hier. Ist alles noch nicht ganz fertig geworden hier. Dauert aber dann nicht mehr lange. Weil ich muss mich um und den dann durch Brot kommen lassen. Immer nachzuttern hier. Ich gehe wie immer hier rein. So viel Erde brauche ich ja auch gar nicht. Und den Eimer brauche ich ja jetzt gerade auch gerade nicht. Und das Redstone brauche ich auch gerade nicht. Hier rein. Und ich bin ja schon bei 20 Minuten. Da hoffe ich mal, dass der Part euch gefallen hat. Dann zeigt es mir durch ein Like. Ein Favorisieren. Und Teilen. Und abonnieren was Video würde mir auch gefallen. Oder würde mir auch gefallen. Und dann werde ich das noch zeigen, was ich mit Let's Play machen möchte. Bevor ich euch verabschiede. Und dann nenne ich das. Und dann nenne ich das. Minecraft Diamant. Nicht Diamant. Diamant 2. Überleben. Angepasst. Meerespiegel lassen wir uns in Höhe. Höhlen lasse ich auch an. Festungen nein. Dörfer ja. Himen nein. Tempel nein. Osteamonente. Luft auch nein. Verliese ja maximal. Seltenheit sehen und lave sehen. Relativ häufig. Kleine Ozeane. Alle Biome. Biomegröße auf 2 runterschrauben. Und jetzt kommt es bei den Erzen. Also Erde. Kies würde ich nicht haben. Granit. Diorin. Kohle. Eisen. Eisenerz würde ich. Nein. Eisenerz würde ich. Lass ich mal hier den Wert hier auf 9. Ich wollte Diamant. Habe ich ja gesagt. Das heißt Diamanten so. Maximal Höhe. Allerdings noch 16. Das heißt die findet man nicht auf der Höhe. Dann werde ich die Welt noch generieren lassen. Und sonst eigentlich kaum Änderungen. Und. Wenn es euch gefallen hat. Also dann schreibt es auch in die Kommentare. Wenn ihr es wollt. Dass es dieses Setzplay beginnen würde. Dann zeigt es mir mit. Einen guten Kommentar. Also wenn ihr liked das Video selber. Seht ihr es natürlich. Das ist die Welt wie das beginnt hier. Und dann werde ich den Podcast beenden. Bis dann und ciao.